Musik 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 beziehungsweise Yu-Gi-Oh! Down of the Era oder sowas und ähm, ja Moment, aber ähm, ich spiel jetzt noch mal mit dem gleichen Deck wie letztes Mal, obwohl ich verloren habe. Mal gucken, ob das jetzt einfach nur daran lag, welche Karten ich gezogen habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so ist, aber es könnte auch so sein, dass es ist. Das ist ja geil. Mit diesen zwei Karten ist es supergeil. Ah, kennst du den? Darf man überhaupt die Musik zeigen? Ich denk schon, ja. Wenn nicht, dann müssen wir halt neu aufnehmen, keine Ahnung. Ach man, aber die erste Runde war so geil. Jürgen, du bist dran. Ja, ich hab hier gerade kurz einen Effekt durchspielt. Entschuldigung. Ähm. Während jedes Stand-Beifahrt eines Gegners, lege eine Urzellmarke auf diese Karte. Solange vier oder mehr Urzellmarken auf diese Karte liegen, hältst du keinen Kampfstand, wenn diese Karte nicht... Hey. Das ist voll die geile Karte. Vielleicht kannst du dir irgendwann eh zerstören, aber das ist trotzdem voll geil. Das ist eine der besten Karten jetzt im Deck. Problem ist, Leute zerstören hier mal. Das find ich voll nervig. Versteh ich auch nicht, warum das macht. Du hast richtig viel Zauber- und Fallkarten in deinem Deck, kann das sein? Ein paar. Boah, krasser Typ, ey. Scheiße. Ach, hups, ich hab das falsch gemacht. Scheiße. Hups, ja gut. Somit muss ich jetzt leben. So. Du bist aber kein Empfänger, gell? Nein. Sich eben mitleben. Ich kann jetzt... Wann kann ich die zerstören? Wann kann ich diese eine Karte zerstören, diese Uhr? Welche? Äh, die Uhr kannst du immer zerstören, aber nur mit Zauber- und Fallkarten. Hm. So. Kleine Frage, dürfen wir Nummern benutzen? Was benutzen? Nummer? Ja. Also die EXO sind jetzt die Karte, meinst du? Oder was meint ihr? Nummer... Nummer... Nummer 22. Ja, klar, klar. Jetzt kann ich die Uhr hier zerstören. Gitta. Kannst du machen. Schluss. Verdammt. Könnte eine schlechte Entscheidung gewesen sein. Obwohl, Scheiße, jetzt kann ich nichts machen. Oh, fack. H expres. Kann ich nicht sagen oder? Kann ich nicht angreifen. Kann ich nicht sitzen oder? Warum kenne ich überhaupt einen Damage in Main Phase 2, wenn ich nichts machen kann? Boah nee Alter. Ne, warum hast du dich angegriffen? Warum hast du dich angegriffen? Welche? Allgemein mich direkt angegriffen. Wie? In der ersten Runde meinst du? Du bist doch dran. Hä? Warum habe ich denn gerade da nur gespielt? Hä? Hä? Mein Zug hat gerade erst angefangen. Lol. Lol. Das habe ich voll nicht gecheckt. Ich dachte gerade du hättest mich nicht ange... Ach so, du kannst... Ach so, die Feindkarte kannst du ja immer aktivieren. Ich dachte gerade... What the fuck. Das war... Oh nein. Nein. Adieu Leben Punkte. Mit Taktiken... Haaaaaa Setzen ist das... клиente. Bam Junge! Ha... Gediss alter! Gäh. Häh. 5 so schlimm ist das jetzt nicht so schlimm ist es aber nicht den Anzug dann kann er auch noch die Frage ist jetzt tut sich das dann kriegt es einfach mit Schaden ich hab keinen den Ruf der Gejagten ist trotzdem auf dem Feld aber es ist keine Karte da mit der Karten mit der Karten warte lieber noch mal der Menschenfresser wenn ich den angreifen kannst du eine beliebige Karte zerstören wenn was was ist kannst du eine beliebige Karte zerstören oder mit Menschenfresser dieser kleine eine beliebige Monsterkarte also du darfst die aussuchen ja es ist voll schwul ach die Tomate meintest du und ob darauf reagieren kannst alter äh was der fuck warum hat sie jetzt auf einmal mit 2.900 Leben weil ich grad die aktiviert habe hier Festungsweckern wenn ich die jetzt noch voll angeregt dann kannst du sie nicht mehr aktivieren das ist jetzt aber du musst jetzt gerade noch für diesen einen Angriff gerade noch irgendwas machen da steht warte du hast doch gerade einmal Damage gekriegt oder ja guck doch oben hin ja aber warum stand die ganze Zeit warte ich check das Spiel nicht ist alles in Ordnung na Scheli wie weit bist du? das ist weit BELDI BELDI momentan sieht es doch gar nicht so scheiße aus BAM 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 Läuft was? ah ja das war oh warte boah diese das geht so auf den Sack diese Combo ist so geil das geht so auf den Sack alter ich lieb diese Combo Julian das kann oh ach Manno das hast du häh 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 das bringt es mir nichts wegen dieser doofen Urspielmarke da ok kein Schaden haha ja aber irgendwann hast du keine Monster mehr die wo du spawnen kannst ey stimmt kein Kampfschaden fehlt es auch für direkten Angriff? Kampf es ist ein Kampf Julian also mit dieser Aussage ich kapier das Spiel nicht hast du recht gehabt ja Kampf ist auch wenn du mich direkt an decipher oder? weiste auf der Rückseite von den Juvio Pdown steht Juvio Pro yeah hey what the fuck ich wollte grad ein BattleHuh... brauchen steht jetzt schon wieder warte jetzt kannst du allen noch aktivieren weil uh...weil ich hier Weil, 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 weil nicht hier. Warum bist du jetzt in die Angriffszahne gegangen? Weil ich nicht, ich konnte nicht in die M2. Konnte ich noch nicht. Was? Ähm. Also krieg ich jetzt auch keinen Schaden von direkten Angriffen? Entschuldigung nicht. Gut. Ausgubbieren möchte ich nämlich eigentlich nicht. Wir werden es aber ausprobieren. Verdammt, ich dachte ich kann den Effekt noch aktivieren. Und? Nein. Yes. Die Karte ist voll geil. Es ist aber nervig, wenn man keine Karte hat, dass man irgendeine andere Karte zerstören kann. Wenn man keine Karte hat, kriegt die Karte, kriegt die Karte, kriegt die Karte. Wenn man keine Karten hat, die man Karten zerstören kann. Okay, ganz im Ernst. Ich mach jetzt auf. Ich lasse ich mir dran. Warum? Ja, bist du auch. Ja, okay, ich kann nichts machen. Hä? 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 Ähm, ne? Du bist in der Main-Phase. 1. Warum kann ich das Ding hier nicht beschwören? Das ist 5 Sterne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich auf. Nein. Es hat mehr als 5 Sterne, aber ich dachte, ich habe diesen ersten Satz nicht gelesen. Loll. Hä? Ach so, ich lasse es für die Sworn-Bedingung. Dann habe ich den Realty mal falsch gespielt. Okay. Ich habe weitergemacht. Ich kann nichts machen, Alter. Ja, aber ich... Ich wollte jetzt gerade die Monsterstufe 8 einfach so ohne Tribut beschwören. Ich dachte mir YOLO. Der andere�le ist bei Nr. Der andere�le ist also bei Nr. Der andere�le. Der andere�le ist falsch gespielt. Der andere�le ist klar. Oh mein Gott, aber ich habe auch gekleckt. Oder die Städte. Das ist so und das ist so. Das ist aber wie ein bisschen komisch. Das ist so. Der andere�le macht einfach. aber egal was hast du jetzt gemacht ich bin noch dran hey Junge was hast du gemacht Alter du hast dich letztens so ein Effekt und ich merke ich bumm wimm tschupp ich kann hier nix machen ja was soll denn die scheiße das ist so gemeint du wärst dann schon längst tot ja ich weiß deswegen ist das hier so ne geile Karte ich zögere hinaus ja mal kurz wenn man so spielt du bist dran übrigens bevor du jetzt wieder machst wie ich letzte Runde nur es gibt ne Sanduhr es gibt ne Sanduhr ich weiß schon Julien ist immer mal abgelaufen bei mir Junge warum greifst du an es bringt nix ich wollte nur was schauen wahrscheinlich war der Effekt dann mit direkten Angriff ach Mann ich hab den Effekt schon wieder nicht aktiviert welchen Effekt denn Junge das bringt mir nicht die scheiße Alter da bin ich in Endphase Mann ich krieg die ganze Zeit mit Zerbund Fallkarten die mir nix bringen weißt du ich mach hier gleich ne Synchro ja mach doch bringt mir momentan jetzt auch nix Junge du hättest wieder scheiße für mich aus gleich nicht mal ein anderes Deck Alter na da hast du die Synchro boah nein mein ganz Held wird noch voller Synchros dein Juli ich hab ne ich hab ich hab Monster gezogen geil endlich komm was bringt es mir wenn ich aufspare hier komm greif ich mal an scheiße fuck you alter fuck you fuck you alter was ist das ist wirklich wahr alter boah geil wieder ein Zug für nix weißt du wie viel Ziel hat schon neun hm warum hab ich jetzt keinen schicksalte Dreadmaster in meinem Deck das wäre eigentlich voll geil wenn man mal ehrlich ist hm ich meine mittlerweile könnte ich davon zwei Stück beschwören wenn es überhaupt geht ich weiß nicht ich färfe schon zwei Synchros nach dem neunzehnten Zug und ich kann einfach nicht angreifen wegen dem bäh what Julian what das war noch nie der Effekt von dieser Karte also bis grad eben vielleicht haben sie auch wieder falsch gespielt ist auch unmöglich Julian spiele alle Fatsch aus bitte oh mein Gott warum kriegst du eigentlich keine gescheiten Karten da hab ich ja nur Scheiße im Deck oder was sieht so aus hm wusstest du dass ich seit ungefähr drei Jahren keinen Dread mehr verloren hab ja ist mal wieder Zeit geworden ja hab ich jetzt gemischt oh ich hab gemischt ach den kann doch jetzt kann ich ihn beschwören noch einmal oh ja 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 noch nicht ich freue mich dass du noch nicht so gemacht es bringt dir so gar nix ne boi hier geil ich krieg die Karte die mir das bringt hui weißt du irgendwann hä hä ich kann das Spiel auch irgendwann mal so enden ja wenn keiner mehr Karten hat ach ja stimmt oh und da bist du früher als ich dran ha ja aber irgendwann kriegst du auch ne Karte wo mein Gefängnis schubst dann kannst du mich tot ich freu mich schon vor allem Alter du ich bin dann in einem Zug tot oder ja ich bin dann in einem Zug tot du hast drei Monster die jetzt gesagt so viele haben dass du mich in einem Zug töten kannst weißt du ich hätte vielleicht noch zwei Monster beschweren dann hätte ich noch ne Monster weil nein ich hab keinen Empfänger mehr im ganzen März wenn du mich jetzt doch wenn du mich noch einen Zug nicht angreifst ne dann wird das Spiel mal spannend bitte bitte nein Junge ist doch langweilig ich brauch nur ein Monster ist doch langweilig ich hab dir gar nichts für scheiß Karten ey ja ich auch Alter schon wieder das Ding da halt bei mal wenn du jetzt in Menschenfresser irgendwie legst was bringt's dir mal ich brauch das Ding also es kann zwei stück ist überhaupt gemerkt oh mein gott ich kann die rechte ich warte ich muss warten und deswegen spielt man nicht mit was wirklich aktivieren mein scheiß auf die kann die einzige ist es nur ein eine karte scheiß drauf yolo war mir sagt der attacke überlebt ja doch er überlebt hahaha fuck you fuck you fuck you was denn scheiß karte man soll die kacke ich kann nichts machen jemand noch eine chance bevor ich jetzt gerade eben die karte aktiviert hat mit der rettungsleine das gewinnt schon wieder danach möchte ich noch ein duell mit beim hixer deck der fehlt dann mehr chancen battle phase ich glaube das müssen wir cuten julian das ist doch schlecht schon 16 minuten das passiert immer noch nix boah alter alter das ist voll die scho oh mein gott leute ich habe die karte gezogen ich bin hier ju-joo trinken aber was was gewinnt was wollen wir wenigstum aktiviert hilfe was ist nein ich will nicht an kit was soll die scheiße ich habe jetzt endlich so eine winzige kleine chance was passiert ich sehe keine monster mehr nein ich will keine scheiße an ketten nein ich will keine scheiße an ketten das war meine einzige chance du ich habe keinen bock jetzt im ernst aktivieren auch egal wenn nicht dann ist es auch egal ich kann aktivieren oh mein gott was ist denn jetzt passiert ich habe irgendwas gemacht das war ich habe keine ahnung was ich gemacht habe du kannst mir so viel schaden einem zu machen ich könnte mittlerweile vier schicksalzeit dreadmaster beschwören wenn ich das ding in meinem deck überhaupt drin hätte Junge das war meine einzige chance oh mein gott julian wir sind nur 33 drohen und warst du daran schuld dein gefängnisturm alles nur julian schuld was bringt es dass ich monster beschwöre nicht langweilig wird das ist das langweiligste welt aller zeiten ich glaube auf deiner satte ist immer noch spannender als auf meiner also leute schaut euch das langweiligste welt aller zeiten auch bei gamer an ja gut nein ich musste das doch bei der stadt ich bin noch da wird es gerade abgekackt schön deine barzeit läuft ab hallo es ist mehr als gedacht nichts spannendes passiert ich habe mein deck fertig gestellt oh nice es ist ein zombie deck wir brauchen noch ein bisschen bis gamers karten leer sind ganz einfach weil du angefangen hast gamer deswegen werden deine karten zuerst ergehen du hast diesen dreckigen turm da gebaut alter ich werde gewinnen weil deine karten reagieren und zwar weil du angefangen hast ich habe dich anfangen lassen ich habe auf 60 kann ja nicht sein doch ich habe einmal eine extra karte ziel alter die gute karten das bringt mir die scheiße oh mein gott doch ich kann ich kein monster zerstören ich habe hier auch ein paar mal oder einmal oder zwei mal im deck aber als ob du jetzt hier in dieser noch eisenschrottvogelscheuchers ich kann hier nichts machen gar nichts ja aus dem langweil ist mir in aller zeiten ein bester auf wahrscheinlich anfang und ende wirst du anfangen ich werde jetzt am ende ich zerstöre sie und ich bin tot kannst du nicht zerstören kannst du kannst du nicht zerstören also ich lese die grabe sicht und zykko boah geil weißt du jetzt hier so ja alter du das ist so krank alter was soll ich da für eine chance haben weißt du jetzt ist wieso hast du so einen dreck gegen turm in der armenwetter weißt du ich hätte doch am anfang diese karte zerstören müssen moment boah alter ist kein monster zerstören und bahn 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 oder hier nie doch nicht du weißt du was ist die ersten schrottvogelschecher auch ach verdammt aber greift mal an boah aber schon wieder vergessen dass ich euch vorgeschreut Ich hab jetzt schon wieder einen weißen Drachen gezogen, Julian. Alter, hab ich eigentlich gar keine richtig guten Karten in meinem Deck. Hä, was soll das? Wann kann ich meinen Effekt reaktivieren? Hallo? Betrug? Betrug? Was machst du denn? Was soll die Scheiße? Ich glaub ich mach noch, obwohl es keinen Sinn macht. Langweiligst du es? Huiiii, das Monster? Du hast am Anfang einen Monster gebraucht und hast deine Monster aufs Fenster geschmissen. Jaaa, ich weiß. Nee, ich hab aber zwei Monster... Das Problem war, ich habe zwei Monster gleichzeitig am Anfang meines Zuges gebraucht. Das hab ich noch nie geschafft bisher. Oh nein. Was ist? Kann ich jetzt irgendwann eine Karte ziehen, die mir was bringt? Kannst du irgendwann mal dein Drecks-Turm ja auch lösen. Bam. Kannst du eh wieder annulieren irgendwie. Ficker. Ja, mit dem hier anscheinend. Boahhhhhhhh. Hilfe seid ihr! Boahhhh... Andy... Ich bin altkledją, du hast deine Son- Aktivieren. Angriff! Waser... Aaaaaaaaaahh Silent Duel. Alter... You Castle as Die Duel... Ich schwöre an, was bringt's? Alter! Komm mal an! Alter! Es bringt dir nix! Alter, wie es mit jedem angreißt! Das zieht's doch... Das zieht's doch nur noch länger in die Länge! Toll! Hui, Endphase! Ganz im Ernst, bitte hör auf jetzt irgendwie anzugreifen, es bringt nix und es ist schön mit nur Zeit, alter! Junge, schon 20, 28, vor 28 Minuten wollte ich aufgehen! Und wann hat es genuell geschah? Genau vor 28 Minuten, scheiße! Geh vor 25, trotzdem! Nach dem Duell bin ich auf jeden Fall auf! Wir können morgen wieder zocken! Ich bin halt auch noch... Boah, nice! Wie viele Spielmarken mittlerweile? Äh, wo steht's denn? Alter, 23! 23 Spielmarken! Das sind fast 6 von diesen Dreadlock-Typen, alter! Äh, äh, äh... Ach, du bist grad mir scheißegal! Weißt du? Ich mach einfach nur eine Synchro weg! Genau, alter! Synchro kann zerstören, um so ein... ...Monster zu müssen! Weißt du, dieser Tag hat mehr Angriffspunkte als dieses Synchro! Aktivieren! Was ist das? Ja! 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 Okay, auf jeden Fall- Ja, das hat's gebracht! Ähm, kann ich das machen gerade? Aktivieren! Bam! Ja! Ja! Was bringt mir das? Geil! Bringt mir nix! Verschlussten wir uns in einem anderen Punkt! Ja! Das gehört einfach zum Sterben! 25 Spielmarken! 50. Zug! Wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt die Hälfte des Duells, wenn wir das zum Ende spielen, vor den Karten her! Ja! Alter, das ist so langweilig! Hättest du den dummen Turm? Bitte nimm den Turm auf dein Deck raus! Nein, Alter, der ist wohl geil! Ich bin immer noch nicht tot! Hahaha! Ja, da seht ihr mal, was ihr... Wie lang Folgen ihr habt? Ja! Wie lang Folgen ihr habt? Moment! Willa, das kannst du denn zur Folge kappen! Hahaha! Moment! Geil! Endphase! Alter, ich habe eine realistische Chance, wenn etwas Bestimmtes passiert! Voll krass, wa? Ja, bestimmt nicht! Scheiße! Spezialbeschwörung! Das bringt mir nix! Ich hätte sie auch noch mal beschweren können! Wow! Wow! LOL! Das ist ja voll geile Karte! Jetzt habe ich keine freie Hand! Jetzt würde ich gerne den Effekt aktivieren! Dann würde ich wenigstens den Zufall zwischen dem Duellen scheiden! Zerstör dich mal nicht, Alter! Ich will, dass der Zufall zwischen dem Duellen scheiden, dafür muss ich nur... Was machst du? Oh Mann! Warum? Warum? Hättest du doch gleich zerstören können, Alter! Äh, ich hab... Ich hab die Karte einfach aktiviert, dass ich da einen freien Platz bekomme! Zerstör die Karte mal mit dem Karteneffekt! Oh! Hä, ich hab keinen Karteneffekt! Gib mir leid, Julian! Oh Mann! Julian, ich bitte dich, wenn du irgendwie in der Lage bist, diesen dreckigen Turm da zu zerstören! Nee, den kann ich doch nicht mal! Du hast 27 Machen! Das ist mir nicht möglich, diesen Turm zu zerstören! Ich hab keinen Karteneffekt! Weißt du, am Ende gewinnt Julian einfach nur, weil er diesen dreckigen Tum geplantet hat! Hihihi! Zerstör mal bitte einen Monster mit Karteneffekt! Ich hab keinen Karteneffekt! Ja, einen Monster mit Karteneffekt! Einfach irgendwas! Monster mit Karteneffekt zerstören, bitte! Wenn ich dafür angreifen muss, dann sag das! Ja, nein! Das ist nämlich witzig, was denn passiert! Es tut mir leid! Oh Mann! Der Monster mit Karteneffekt hat einen Effekt als Karteneffekt, dass er dann aus dem Spielfeld genommen wird! Warum aktiviere ich den Eisenschrott Vogelscheuch überhaupt? Irgendwann darf ich dir was sagen! Was? Ich hab einmal Angriff annulieren! Das ist, dass dein Angriff annuliert wird! Und zweimal Eisenschrott Vogelscheuch hier hinten liegen! Als ob! Zweimal Eisenschrott Vogelscheuch, Alter! Warum greifst du nicht an? Wie soll ich denn angreifen, Alter? Greif einfach mal an! Ja, womit denn? Ich hab ja kein Monster! 28 Spielmarken! Jetzt hab ich kein Monster! Lange genug! Nein! Warum hast du nicht... Mann! Nein! Nein! Julian! Es tut mir leid! Geh mal! Hättest du, wenn ich ein Monster hatte, das Monster zerstört? Ja! No! Ich hätt gewonnen! Erste Karte! Hättest du! Hättest du ein Monster von mir zerstört, hätt ich gewonnen! Warum? Weil ich McLaurd Imperator Wiesel auf der Hand hab! Damit kann ich Synchro-Monster von dir nehmen und die Attacke werden denen zugerechnet und jeden zugrechnen Synchro-Monster von dir nehmen! Du hast drei Synchro-Monster auf dem Feld! Hättest du mit einem Karten-Defekt ein Monster zerstört, hätte ich gewonnen! Das tut mir leid! Und mit diesem Angriff habe ich gewonnen! Ich hätte gewonnen! Hättest du noch ein Monster auf dem Feld gehabt! Alter, das war die langweiligsten Falle, Alter! Ich speichern mir das auch! Das war die Folge Yu-Gi-Oh! Zusammen mit Gamer hat sich gefallen und lass uns loswerden da und tschüss! Wir haben 58 Runden gespielt! Applaus